Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play World of Warcraft und dahinten sehe ich ja schon direkt wieder ein Kraut. Ja, liebe Freunde der Videospielunterhaltung, heute geht's mal bei den heißen Quellen weiter und ich muss wieder mal bei dem guten Maximilian vorbeischauen, denn es gilt noch ein paar Jungfern zu retten. So, ich kann natürlich auch noch den Nordpylon abgeben, den werde ich bestimmt auch noch mal machen, wenn sich da irgendwas ergibt. Hier ist auch direkt schon wieder ein nächstes Kraut, ein Blindkraut, damit sind es sogar nur noch 20 Punkte, die verbleiben. Und ich gehe hier einfach weiter, ganz gepflegt. So, die Teerfürsten sind ja jetzt auch schon wieder Geschichte und so langsam wundere ich mich ein bisschen. Das letzte Mal hatte ich hier noch im Krater die 55 geschafft, aber ich glaube so langsam, so ganz langsam gehen hier die Quests aus. Ich kann ja mal schauen. Ach, da hat mich jemand angegriffen. So, 34 von 41, es gibt zwar immer noch ein paar mehr, aber... Ja, mal schauen. Müssen wir dann halt in ein anderes Gebiet nahe noch eben gehen. Das fängt schon mit 54 mit Instanzen an, werde ich sehen, wie es denn gerade so passt. Ja, hier werden jetzt noch die letzten zwei Drachen oder auch bekannt als rasende Pterodachse ausgeschaltet, damit wir dann ganz stolz unserem Ritter Maximilian erklären können, was hier passiert ist. Aha, der ist jetzt auch direkt erschienen, als wir hier den letzten Drachen erledigt haben. Nett. So, Jungfer auf den Klippen, die ist irgendwo hier drüben. Ich werde jetzt aber zum See gehen und ob das dort eine Jungfer ist, naja. Das werden wir noch sehen. Das ist schon ganz lustig gemacht hier. So, mal sehen, ob er wieder was Lustiges erzählt. Ne, allein wollen wir nicht ins Abenteuer ziehen. Der wird schon gleich wieder hier anfangen, irgendwie rumzusingen oder so. Und er hat auch auf jeden Fall noch eine nette kleine Knabenausbildung für uns. So zituliere ich das Ganze jetzt mal. Und da ist auch schon wieder ein Traum platt. So, hoffentlich geht er hier jetzt nicht wieder auf Erkundungstour und muss unbedingt ein paar Gegner mitnehmen. Na gut, jetzt habe ich es gemacht. Okay. Aber der steht mir ja auch pfadkräftig zur Seite. Ich weiß zwar nicht, wie viel Schaden der so macht. Aber es wird schon genug sein. Ja, der nimmt auch direkt mal ein Dampfbad da. Da hat er keine Skrupel, einfach drin stehen zu bleiben. Und jetzt, wo ich gerade hier bin, marschiere ich einfach nochmal gen Osten in Richtung Marschallswehr. Nachdem wir dann hier zurückgekommen sind, werden wir mal bei der Jungfer vorbeischauen. Ja, von denen können wir ja anscheinend auch Dinosaurierknochen erhalten. Aber ich dachte, die liegen auch auf dem Boden rum. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich kann ja hier mal schauen. Na ja, jetzt auf die Schnelle konnte ich es nicht direkt so überfliegen. Der da jetzt auch rumliegen oder nicht. Aber ich dachte, wir hätten hier schon mal so ein paar die Metrodons erledigt und keine bekommen. Ah, werden wir ja gleich sehen. Der Nordpylon. So, Folgequest gibt es nicht. Und die Quest wird wahrscheinlich erst mit Stufe 54 freigeschaltet. Okay. Schau ich mal jetzt wieder zu der Jungfer. Das mit den Drachen machen wir danach. Vielleicht tritten wir auch erst noch dann die vierte und letzte Jungfer. War das schon die vierte oder sind es nur drei? Ach, es sind sogar nur drei. Ja, aller guten Dinge sind drei. Aber anscheinend hat sich der Maximilian jetzt verirrt. Der ist jetzt weg. Und ich glaube, den müssen wir vorher schon noch holen. Ansonsten sieht das ein bisschen schlecht aus. Ja, da habe ich auch gerade Kraut stehen lassen. Passiert. Gut, dann geht es jetzt hier erst mal nach dem ganzen Chaos wieder zu Maximilian und dann wird hier Ordnung reingebracht. Hier steht jetzt auch ein Traumblatt. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Und tatsächlich, die Dinosaurierknochen liegen hier auch in freier Wildbahn rum. frage ich mich ja, wo die herkommen, dass die noch nicht von einer neuen Erdschicht irgendwie überdeckt sind. Die müssen ja noch ganz frisch sein. Aber es ist auch ganz okay, hier mal ohne den Maximilian klar zu kommen. Denn der gute Herr möchte ja immer jeden und alles verprügeln, was ihm nicht so in den Weg passt. So, ich glaube, ich kann mich jetzt hier auch wieder ganz angstfrei auf meinen Maun schwingen und die letzten paar Meter hier bestreiten. Der dürfte ja gleich hier sein. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er doch. Seid gegrüßt. Okay, wir sind bereit für neue Abenteuer und jetzt werden wir halt direkt mal die Jungfer auf den Klippen retten. Denn die ist ja direkt nebenan. Die hatte ich beim letzten Mal wohl irgendwie übersprungen. Oder mir war es entfallen, dass die hier so nah dran ist. Und ja, manche werden schon erahnen, was hier los ist. Ich mach nur mal ab. Hier ist wieder so ein Pylon. Da waren wir glaube ich sogar noch gar nicht. So, und er redet hier wieder. Das Glück ist heute mit uns. Eine Jungfrau befindet sich vor uns. Sie scheint auf einer Felsspitze gefangen zu sein. Ohne Hoffnung auf Entkommen. Lasst sie uns retten. Ja. Und er kickt sie einfach runter. Fliegt in Sicherheit. Ja. Jetzt geht er auch noch runter. Er wollte sie halt von der bösen Klippe befreien. Das ist ja vollkommen verständlich. Und er hatte sie halt einfach mal runtergestoßen. Wer macht das nicht? Bevor ich mich verabschiede, solltet ihr euch gesagt sein, dass es nicht meine Schuld ist, dass ihr nun dahingestreckt am Boden liegt, sondern ganz allein die meines Knappen. Alles klar. Also der ist schon echt durchgedreht. Nichtsdestoweniger seid ihr nun frei von der Umschlingung des Berges und außer Gefahr. Marschallswehr liegt im Osten, richtig? Der Typ. So. Ach, wo war's denn jetzt? Sallallah, die zwei. Ah, passt jetzt. Jetzt durch die Glühfe geht das ja hier jetzt auch nochmal schneller. Was habe ich hier für ein Zaubersegen der Könige? Oh, und ich müsste hier mal wieder aufräumen. So, Rolle der Stärke mal noch auf mich selbst gewirkt. Und natürlich mal der Wildnis. So, und hier ist jetzt auch die letzte Jungfahrt. naja, ob das wirklich eine Jungfahrt ist. Zumindest haben wir jetzt die Habseligkeiten eines Blutelfen mitgenommen. Und ja, wir haben sie gerettet. Okay, und dadurch geht es jetzt auf zu neuen Taten. Und wir sollen uns einen Moment der Ernsthaftigkeit behalten und innehalten. Er möchte die Geister des Sees anbeten. Und dazu sollen wir einfach gar nichts machen, sondern uns von denen hier verprügeln lassen. und wir stehen ihm bei, so viel Schaden machen die ja nicht. Der lässt jetzt hier seinen Dampf ab. Oh, da hätte ich vielleicht mehr rausgehen sollen. So, das ist schon echt so cool, was der uns hier für Quests gibt. So, dann hi, ich war schon in der richtigen Gestalt. Ach, was mache ich denn auch manchmal? So, jetzt lasse ich hier die Dots durchticken und lasse mich meinen Katzengestalt verprügeln. Mal sehen, was er jetzt für ein Gebet aufsagt. Das ist ja hier immer interessant. Ja, den Segen des vom Licht gesegneten Geists. Schon klar. Oh man, was, was ist der die Ge... Äh, wow, was der von den Geistern alles fordert, das ist ja auch unglaublich. Jetzt verschwindet sie hier nicht mal, oder was? Man muss sich halt umlegen. Okay. Was auch immer hier jetzt los ist, so, wir können es auf jeden Fall abgeben. Und es gibt noch eine Quest, die Valade von Maximilian. Wir sollen ihm helfen, die Königin der Teufelsaurier zu töten. Und damit steigen wir auf sein edles Ross. Jetzt sind wir zweimal da. Und diese Quest ist wohl nicht immer ganz richtig bei allen Leuten. Mal sehen, ob sie jetzt hier richtig funktioniert. Wir werden schon gleich noch sehen, was hier eventuell nicht ganz richtig läuft. Wir haben jetzt hier dieses Stampfen. Dadurch erhalten wir Kieselsteine oder auch Felsen und mit denen können wir dann werfen. Maximilian ist jetzt hier auch zweimal vorhanden. Und damit sollen wir dann auch die Königin bewerfen. Eigentlich sollte hier noch Platz für eine weitere Fähigkeit zahlen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier in eine Falle geraten bin. Dass das Ganze jetzt hier nicht funktioniert. Wir werden das ganz ruhig anschauen. Weil ansonsten die Steine machen irgendwie so 50 Schaden und das gute Ding hat hier nicht 50.000 sondern 20.000 Leben. Da Und ich möchte jetzt hier nicht so um die 400 Mal irgendwie da rumballern. Ach, gibt es eine Quest oder? Ach, nee, da waren Knochen. Okay. So, und jetzt ist hier auch die Königin. Wir gehen da einfach mal ran. So, und jetzt beschmeißen wir die hier mal. Und, oh, was ist hier los? Ja, sie rennt uns jetzt hier hinterher. Das Tier ist zu nah, um es zu bewerfen. Ja, gut, dann verlangsamen wir das mal. Jetzt schaue ich mal. Tatsächlich es funktioniert alles wunderbar. Wir erhalten jetzt nämlich Teile von Maximilians Rüstung und die machen extrem guten Schaden. Ja, die Steine hier natürlich nicht so, aber wen kümmer das schon? Wir erhalten hier alles Mögliche, so eine Schulterplatte, den Schild, also hier ist alles dabei. Wir greifen uns auch ganz schön viele andere Dinge an. Ich muss die hier natürlich immer ein bisschen verlangsamen. Ja, jetzt haben wir auch noch die Handschuhe erhalten. Die können wir natürlich auch noch werfen. Vielleicht liegt der Fehler hier auch an manchen Add-ons von den Leuten. Und ich sollte mal schauen, dass ich hier nicht verrecke. weil ich habe die Fähigkeit falsch eingesetzt. So, jetzt seine Stiefel haben wir hier auch noch. Und ich muss ihn wieder verlangsamen. So, jetzt ist er hier wieder gestunt. Denn ich kann hier auch sterben. Tatsächlich. Kommt immer schnell wieder ran, die Königin. Aber solange ich sie betäuben kann, funktioniert das alles. mit der Rüstung macht man auch extrem viel Schaden. der Letzte ist dann wahrscheinlich. Und vielleicht killen wir sich sogar mit den Steinen tatsächlich. Ich steige dann mal ab. Und da ist ja jetzt schon fast nackt. Und wir können uns was auswählen. Ein Schmuckstück. Das nehme ich doch mal. damit ist die Questreihe um Maximilian hier auch vorbei. Ja, das nächste Mal geht es hier dann noch mit den Dinosaurier Knochen weiter und den letzten abschließenden Quests des Ungorukratus. Bis dahin. Ciao.